8x15 live aus dem Kaufmehl Solotour. Die nächsten 15 Minuten hören den Ragdolls. . 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 guitar solo 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Honestly, I can see you and me Honestly, no, no Honestly, I can see you and me Honestly, no, no guitar solo 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 Das wird aber nicht hier, so sorry, Nadir. Das kommt wirklich hier, aber die wird dann. Untertitelung. BR 2018 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 Es ist sehr glücklich, viel Spass noch, während der nächsten 40 Sekunden voran. Applaus Achtmal 15 live aus dem Kaufmehl-Solo-Tourn Und jetzt sind ihr